Willkommen zu Teil 5 meiner Top 100. Heute reden wir über die Spiele von I bis L-E-O. Jeder kann sich schon mal denken, welches Spiel das sein wird. Und da fangen wir gleich ganz vorne an mit Identic. Ich bin jemand, der irrsinnig gerne redet. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Podcasts mache. Und wenn man mir jetzt also ein Activity oder ein vergleichbares Spiel, Kranium oder wie alle sie heißen, vorsetzt, dann bin ich jemand, der immer grundsätzlich am liebsten die Aufgaben macht, wo man erklären muss. Das, während Pantomime für mich das fürchterlichste ist und Zeichnen irgendwo sich dazwischen befindet. Und entsprechend ist auch Zeichnen nicht unbedingt eine meiner Lieblingssachen, die ich mache. Aber Identic schafft es trotzdem, finde ich, das so rumzusetzen, wie man das eigentlich haben möchte. Also ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich wieder Schimpfe vom lieben Sebastian, der sagt, das ist vielleicht schon eine ganze Weile lang Meisterwerke. Bitte nenn es Meisterwerke. Ich denke mir so, ja, eigentlich müsste ich Meisterwerke nennen. Aber jetzt habe ich es unter Eevee Identic, weil als Identic steht es bei mir im Regal und als Identic habe ich es immer irgendwie genannt. Identic ist eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Einer bekommt ein Bild und erklärt den anderen innerhalb von 90 Sekunden alles, was er auf diesem Bild sieht. Die zeichnen natürlich brav mit, während sie sich das anhören. Und danach gibt jeder das Bild an seinen rechten Nachbarn. Und der, der das Bild erklärt hat, der liest zehn Fragen vor und das muss dann erfüllt sein. Dann ist das meistens sowas wie, man muss mindestens vier Knöpfe sehen, die Wolke auf der linken Seite muss größer sein als die auf der rechten Seite. Es sind mindestens zwei Füße zu sehen, die unterhalb des Vogels sind, ähnliche Sachen. Also es sind ganz, ganz skurrile Sachen. Und wenn man das einmal gespielt hat, hat man ein Gefühl dafür, okay, es kommt tatsächlich auf Details an. Und dann merkt man auch, das ist überhaupt nicht wichtig, ob man zeichnen kann oder nicht. Und ich glaube, das ist das, was mir in dem Spiel gefällt. Es muss niemand irgendetwas erkennen können, weil jeder weiß eh, was das für ein Bild sein soll. Und man hat viel, viel Freude und kann viel lachen über das, was da gezeichnet wurde, weil das zum Teil echt, echt grandios ausschaut. Nee, das ist einfach so, dass man einfach guckt, okay, was ist denn da gefragt? Und dann so alle, puh, ja, ich erinnere mich halt wirklich an grandiose Szenen, wo dann erklärt werden musste. Und der Erklärer fing halt an und erzählte dann irgendwas über irgendwelche Orangen auf einem Tisch und so. Und dann stellte sich raus, ja, das war halt nur ein kleines Detail im Vordergrund. Und im Hintergrund hat man gesehen, wie irgendwelche Leute ein Haus weggetragen haben. Und entsprechend haben dann relativ viele wenig Punkte gekriegt. In erster Linie geht es einfach darum, Spaß zu haben. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, da gibt es auch ein Wertungssystem. Danach kann man spielen. Und ich meine, wir werten das auch. Aber wir versuchen das jetzt nicht irgendwie auszureizen. Klar, man kann das versuchen so zu erklären, dass möglichst jeder wenig Punkte kriegt, aber jeder andere Punkte kriegt, um dann selber am meisten Punkte zu haben. Aber wirklich kontrollieren kann man das nicht. Und deswegen ist das eigentlich auch nicht das Entscheidende. Identik haben wir sehr viel Spaß, beziehungsweise Meisterwerke. Und wer einfach mal ein schönes Partyspiel sucht, wo die Teilnehmerzahl auch ziemlich schnuppe ist, dem kann ich das echt, echt ans Herz legen. Also für mich ein, das beste Zeichenspiel, das es gibt. Und damit will ich an der Stelle vielleicht auch kurz, weil es jetzt nicht in diesen Top 100 drin ist, das zweitbeste erklären, nämlich Graffiti. Und bei Graffiti geht es auch nicht darum, dass man besonders gut zeichnet, sondern dass man so zeichnet, wie man es von anderen Leuten weiß, wie sie zeichnen. Das ist also ein Spiel, das funktioniert vor allem, wenn man eine feste Gruppe hat und weiß, wie jeder so seinen eigenen Stil hat. Weil das, was man angezeichnet hat, das muss dann einer, der rät, muss dann nämlich erraten, wer hat welches Bild gemalt. Also man muss auf der einen Seite halt erraten, was gemalt wurde und auf der anderen Seite halt, wer welches Bild gemalt hat. Und da versucht man natürlich dafür zu sorgen, dass er das falsch zuordnet, damit man zusätzliche Punkte kriegt. Macht auch irre viel Spaß. Kommen wir zum zweiten Spiel heute und das ist im Wandel der Zeiten das Würfelspiel, die Bronzezeit. Das ist der Kniffel, die Kniffelvariante hier in diesem Top 100, die ich total toll finde. Die andere Kniffelvariante wäre King of Tokyo. Die ist, kann ich jetzt schon sagen, nicht drin, auch wenn sie dann theoretisch heute hätte kommen müssen, aber tut sie nicht. Ich finde die beide sehr, sehr gut, aber irgendwie ist dann doch, finde ich, die Bronzezeit dann einfach nochmal ein Tick cooler. Das kann ich auch ganz einfach runterbringen. King of Tokyo hat, was eigentlich tatsächlich aufgrund der kurzen Spielzeit nicht das Problem ist, ein Play-Elimination-Problem. Zumindest ab und zu, finde ich, ist das dann um eine Nummer zu viel. Während das halt in Bronzezeit nicht vorkommt. Da geht es halt darum, wir würfeln, man kann halt nachwürfeln und wir versuchen halt, sich eine Zivilisation aufzubauen. Wir können auf der einen Seite Leute verwenden, um unsere Bevölkerung wachsen zu lassen und mehr Bevölkerung heißt dann auch, mehr Würfel nutzen zu können. Auf der anderen Seite brauchen wir aber für jeden Würfel, den wir haben, auch Nahrung und gleichzeitig versuchen wir mit den Leuten dann aber auch, irgendwelche Bauwerke zu bauen, die viele Siegpunkte geben. Wir versuchen aber auch, Sachen zu sammeln, mit denen wir dann, sag ich mal, Verbesserung, Improvements, also so eine Art Tech-Tree, so, ich hole mir das, damit ich folgende Boni kriege, damit diese Würfel das Ergebnis verbessern und solche Sachen. Es ist eigentlich stupide einfach und es macht verdammt viel Spaß. Gibt es auf Yukata eine sehr, sehr gute Umsetzung, also wer sagt, ich möchte das auch mal kennenlernen, ich weiß nicht wann und wie und wo, das ist ja dann auch schon ein paar Jährchen älter. Ähm, das kann man auf Yukata spielen, kann man kennenlernen und wenn man feststellt, das gefällt mir, das gefällt mir richtig gut, kann man sich's immer noch zulegen und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das Material ist auch grandios. Du hast richtig schwere, hölzerne Blöcke, wo du mit Stiften so abträgst, so, also mit so Holzsteckstiften, ähm, wie viel du entsprechend jeweils hast und, ähm, das, du kannst das alles nachvollziehen, du kannst es sehen, es gibt ein paar, also es ist jetzt auch nicht so, dass man eigentlich nur vor sich hinspielt, man hat auch ein bisschen Interaktion, man kann, äh, mit bestimmten Würfelergebnissen, es gibt da so, so ein paar Totenschädel, die man würfeln kann und einer ist nicht schlimm, ein zweiter gibt ein bisschen was, aber wenn man zum Beispiel drei davon hat, dann kann man den anderen irgendwie eine solche zuschustern und auf diese Weise versucht man das halt alles zu machen. Da gibt's auch einen, ähm, Block, einen zweiten Block dazu mit, äh, mehr Regeln, Erweiterungsblock, den kann ich auch definitiv empfehlen, das ist jetzt nichts, was man haben muss, aber die drei Euro, finde ich, hat man dann schon mal, einfach, weil das dann nochmal total, ein bisschen anders denken muss, weil das ein bisschen was anderes macht. Ähm, die Eisenzeit finde ich übrigens auch gut, es gibt ja noch einen Ableger davon, von Tom Lehmann. Ähm, ist aber, finde ich, nicht ganz so elegant und, äh, und, und, äh, smart wie die Bronze der Zeit. Also von da aus gesehen, im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel, die Bronze der Zeit, dicke Empfehlung. Kommen wir zum dritten Spiel, 1, 2, 3, und genau da ist jetzt nämlich auch der Clou mit 1, 2, 3, beziehungsweise mit 3, 2, 1, und zwar Kardinal und König. Kardinal und König wurde später nochmal aufgelegt als China und wurde dann vor ein paar Jahren nochmal aufgelegt als Hahn. Das ist so ein richtiger Klassiker von Michael Schacht. Ähm, ich habe die Originalversion Kardinal und König, damals noch bei Goldsieberschienen, am häufigsten gespielt. Wird aber jedem, der sagt, oh cool, das will ich auch mal dann spielen, ähm, man kann das online spielen bei Michael Schacht auf der Webseite, der hat dann ein schönes Ding. Ähm, und ich würde aber grundsätzlich empfehlen, lieber mit den Regeln von China, beziehungsweise Hahn zu spielen, weil das Brett von Kardinal und König ist in meinen Augen tatsächlich nicht ausreichend gebalanced. Also es gibt schon eine Strategie, die deutlich stärker ist als die anderen. Worum geht's? Es geht darum, dass wir versuchen, Einfluss zu haben, und zwar auf der einen Seite, ähm, königsmäßig in den Länder rein. Also wir legen mit Karten halt Häuschen in Länder und, äh, wer die meisten Häuschen in einem Land hat, bekommt dafür Bonussiegpunkte. Und zwar so viele, also der mit den meisten bekommt so viele, ähm, wie viele Häuser insgesamt in dem Land sind, während der mit den zweitmeisten so viel bekommt, wie viel der mit dem meisten in dem Land hat. Ähm, das so heißt, man möchte natürlich, dass die anderen auch ins Land reinlegen, aber man möchte natürlich trotzdem die meisten haben, weil man dann mehr hat. Ähm, möchte aber, dass der, der die zweitmeisten hat, möglichst wenig davon hat, ähm, indem man da möglichst knapp macht. Also wenn da sieben Gebiete sind, sagt man sich, du zwei, du zwei, ich drei, dann kriegt ihr jeweils drei und ich kriege sieben. Ähm, das, das, das alles zu durchschauen ist ein bisschen schwieriger, ähm, kommt aber, und dann ist es so, dass diese Gebäude natürlich auch auf Straßen liegen und versucht, Straßenverbindungen zu bauen. Und, ähm, dann gibt's aber natürlich auch die Kardinalseite, und zwar ist es so, dass in jedem Land kann man, ähm, einen Kardinal installieren, und der gibt einem dann bei der Wertung, es gibt zwei Wertungsrunden, ähm, dann Punkte für jeden, wenn man die Mehrheit der Kardinalen in einem Land hat, äh, zu jedem benachbarten Land, wo man ebenfalls die Mehrheit hat, und zwar so viele, wie Kardinäle in beiden Ländern zusammen sind. Und da kann man richtig viele Punkte machen, ähm, damit das natürlich irgendwie ein bisschen sich balanzt, ist es so, dass, äh, die Zahl der Kardinäle, die man überhaupt installieren kann, sehr, sehr gering ist. Und, äh, das Spiel ist dabei aber noch wirklich stupide, einfach mit dieser grundsätzlichen 3-2-1-Regelung, die bedeutet nämlich, du darfst maximal drei Karten spielen, du hast auch nur drei auf der Hand, und mit diesen darfst du maximal zwei Holz ins Spiel legen, und zwar maximal in ein Land. Das bedeutet, wenn ich eine Karte spiele, um irgendwo ein Häuschen zu legen, dann kann ich demnächst noch eine Karte spielen, um in dasselbe Land ein Häuschen zu legen, aber ich muss natürlich auch entsprechende Karten haben. Ich kann aber auch mit zwei gleichen Karten sagen, die sind ein Joker, und dann kann ich ein beliebiges Randlein legen, was dann natürlich dann dieses Land auch wäre. Damit kann ich halt mit bis zu drei Karten bis zu zwei Steine in ein Land reinlegen. Und, ähm, es ist jetzt auch kein Vorteil, irgendwie Karten zurückzuhalten, weil man zieht immer volle drei Karten wieder nach. Aber je schneller man zieht, desto schneller ist das Deck durch, und wenn das Deck durch ist, wird gewertet. Ähm, was, wenn man vorne liegt, natürlich ein Vorteil ist, wenn man hinten liegt, natürlich ein Nachteil ist. Das alles abzuschätzen, ist sehr, sehr schwierig. Ich finde das Spiel einfach grandios, weil es diesen, diese Balance irgendwie hält. Und es ist wirklich, eigentlich super einfach. Also, ähm, in China gibt's dann noch zusätzlich, dass man, äh, Mauern bauen muss, ähm, die dafür sorgen, dass diese große, starke Wertungskomplexität von dem Kardinal ein bisschen aufgebrochen wird, was ich definitiv gut finde. Und von da aus gesehen, meine Empfehlung wäre tatsächlich die aktuelle Version, ähm, China, beziehungsweise Hahn. Greift mal dazu. Ähm, dann haben wir als nächstes Keyflower. Ähm, ich muss zugeben, es gibt sehr, sehr viele Key-Spiele, und ich hab tatsächlich die wenigsten davon gespielt. Aber Keyflower finde ich grandios. Du hast ein, ein Worker-Placement-Auktionsspiel, wo du mit denselben Arbeitern, die du hast, entweder diese auf Plättchen einsetzt, um die Aktion zu machen, oder diese Nebenplättchen setzt, um diese Plättchen zu ersteigern. Ähm, deine Worker haben drei oder vier verschiedene Farben. Also am Anfang hat man nur drei, im Laufe des Spiels gibt, kann man sich noch eine vierte Farbe freischalten. Die kann man sich aber nur ertauschen. Und natürlich willst du viele Arbeiter haben, weil mit mehr Arbeitern kannst du mehr machen. Ähm, auf der anderen Seite, es hängt aber davon ab, was du machen willst, und manchmal muss man halt auf Arbeiter verzichten. Ähm, am Anfang liegen halt nur in der Mitte Plättchen aus. Ähm, wenn ich irgendwo hingehe, der erste, der sich an oder auf ein Plättchen setzt, bestimmt die Farbe der Figuren auf diesem Plättchen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem roten Miepel auf ein Feld gehe, um die Aktion auszuführen, kann ja nur noch rote Miepels auf dieses Plättchen gelegt werden, oder auch an dieses Plättchen. Der erste legt eins, der zweite kann zwei legen, der dritte kann drei legen, und mehr als sechs Figuren dürfen auf einem Plättchen nicht liegen. Ähm, das heißt, wenn der erste einlegt und der zweite drei, was auch erlaubt ist, dann dürfte da schon kein dritter mehr drauf. Äh, das andere, was man machen kann, ist, man kann halt, solange diese Plättchen noch in der Mitte liegen, kann man sagen, ich möchte versuchen, dieses Plättchen zu ersteigern, dann muss man, wie gesagt, dieselbe Farbe nehmen, oder wenn dann auch nichts liegt, kann man damit die Farbe bestimmen. Ähm, dadurch, dass das sechs Ecke sind, haben die auch sechs Seiten, und man kann entsprechend, ähm, durch die Seite auch anzeigen, hier, ich hab drauf geboten, da hat jeder Spieler seine eigene Seite dann, und der erste legt halt eins hin, der zweite legt zwei hin, aber, wenn der zweite zwei hinlegt, dann wird der, der damit überboten wurde, kriegt seine Figuren zurück und kann diese wieder einsetzen. Was sehr, sehr hilfreich ist und womit man planen kann. So fragt der Motto, ich weiß, dass jemand darauf scharf ist, ich letze da mal einen hin, damit er mehr dafür ausgeben muss, und ich krieg ja meine Figur zurück, was mich also kein Geld oder keine Zeit kostet. Und das halt gleichzeitig zu machen, und, äh, die Plättchen, ach ja, die Plättchen, die man ersteigert hat, die legt man natürlich in seinem Gebiet an, so dass da wieder, diese Aktionswelle, die gehen halt nicht verloren, die bleiben halt da. Und, äh, man kann halt stattdessen auf, statt auf die Plättchen in der Mitte auch auf Plättchen in, äh, vor den Spielern legen. Wenn man in seinem eigenen Gebiet legt, freut man sich, weil man natürlich seine Figuren einfach wiederkriegt am Ende der Runde. Wenn man sie bei einem Mitspieler hinlegt, bekommt er sie nach der Runde. Ähm, die Figuren gehen also nicht aus, sondern es werden nur mehr, weil, wenn man keine Figuren mehr hat, dann, ähm, kriegt man am Ende der Runde, kommen halt Nachschubschiffe, und jeder bekommt ein Schiff mit neun Figuren. Das Ganze funktioniert sogar mit bis zu sechs Spielern, und das, finde ich, ist an der Stelle vor allem erwähnenswert, weil es gibt echt, echt viele gute Kenner-Experten-Spiele, äh, für vier Spieler, und es gibt schon einige für fünf inzwischen, aber es gibt so wenige für sechs, dass Keyflower alleine deswegen raussticht. Aber selbst wenn es nur bis vier gingen würde, wäre es jetzt in meiner Top 100, weil es echt so grandios gut ist. Es gibt zwei Erweiterungen, und ich muss gestehen, ich habe beide noch nicht gespielt bisher, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht wirklich so das Entscheidende, weil das Grundspiel alleine ist wirklich so grandios, ähm, das reicht schon. Also Keyflower, dicke Empfehlung von meiner Seite. Ähm, ich liebe es, ähm, und, äh, ich habe leider noch nicht Key to the City London, das ist so eine Variation davon, die ein bisschen leichter sein soll, äh, angeschaut, aber es steht hier und, äh, wird bei Gelegenheit angeguckt. Ähm, das fünfte Spiel heute ist Kraftwagen. Ähm, äh, ein Spiel von Matthias Kramer bei Blackfire. Das ist, ähm, es benutzt als Aktionsmechanismus eine Auswahl, ähm, Rondell, wie es bei Glenmore schon mal verwendet wurde, auch wenn Kraftwagen wohl etwas älter in der Produktion, äh, in Entwicklung ist. Ähm, es liegen also Aktionsplättchen aus, welche, die geben einem eine Aktion, manche geben zwei, es gibt eins sogar mit dreien. Äh, die sind am Anfang natürlich, ähm, entsprechend irgendwie semisortiert. Und der, der am hintersten auf der Leiste ist, darf beliebig weit nach vorne springen, das Plättchen ausführen und das liegt dann ganz nach vorne dran. Und wenn, je mehr man natürlich von diesem Plättchen überspringt, äh, desto später ist man wieder dran. Das soll heißen, ähm, wenn ich ganz, ganz nach vorne springe, kann es sein, dass jeder andere schon zwei, drei Aktionen wieder gemacht hat, bevor ich erstmal wieder dran bin. Aber wenn ich natürlich dann sowas gemacht habe, was mir drei Aktionen gibt, dann ist das vielleicht auch rechtfertig, wenn ich drei auf einmal habe, während der andere dreimal nur einnachte. Das entsprechend zu balancieren, ist aber auch nicht so einfach, ähm, lohnt sich aber auf jeden Fall. Ähm, das ist also schon mal ein sehr, sehr tolles Element bei Kraftwagen. Das andere Element, was ich wirklich, wirklich super finde, ist nämlich der Markt. Es ist so, wir bauen, wir sind halt Autohersteller, wir bauen Autos, wir brauchen dafür coole Karosserien und starke Motoren. Äh, es gibt auch eine Rennstrecke, also wir müssen da auch Rennen fahren jede Runde, ähm, um zu beweisen, was für tolle Autos wir haben. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich, diese Autos zu verkaufen. Und immer, wenn wir ein Auto fertig produziert haben, also man muss sich das vorstellen, das ist wirklich aus den frühen Zeiten der Autos, ähm, das wurde noch mit Personal verkauft, ähm, bieten, also die wurden einzeln hergestellt, und dann bieten wir das auf dem Marktpfeil. Und wir dürfen bestimmen, zu welchem Preis wir es verkaufen, wie stark der Motor ist, wie gut die Karosserie ist, und mit wie viel Personal wir es verkaufen. Und, ähm, dann, wenn wir etwas in den Markt packen, dürfen wir aber auch so ein Pläckchen hinlegen, das aussagt, wo, was sind, was kommen denn da für Kunden rein? Es gibt Kunden, die wollen das billigste Auto, es gibt Kunden, die wollen das schnellste Auto, es gibt Kunden, die wollen das stärkste Auto, es gibt Kunden, die wollen einfach, ähm, ein Auto mit viel Personal oder so. Und es kann zum Beispiel dann auch eine Strategie sein, zu sagen, ich versuche nur Autos herzustellen mit sehr, sehr starkem Motor, auch einer billigen Karosserie, weil ich weiß, dass ich auch versuche, dann Kunden ranzukriegen, die einen starken Motor haben wollen. Und, äh, am Ende der Runde wird dann nämlich geguckt, wenn der Markt voll ist, ähm, welches Auto will ich denn kaufen? Und der, wenn der Erste sagt, ich nehme das billigste, dann nimmt er einfach das billigste, egal, was es für Wert hat. Und dadurch kann man dann so, ah, hm, aber ich will das noch verkaufen und das noch verkaufen, und darum geht es jetzt gar nicht, dass man der Erste ist, der verkauft, sondern dass man einer von den Vieren ist, die verkauft, weil nur vier Autos verkauft werden, von den maximal sechs, die da in der Auswahl liegen. Es kann also passieren, dass wenn da, wenn das, äh, zu einer Wertung kommt, und da liegen aber eh nur vier Autos, dann weiß ich, okay, meins wird gekauft, egal von wem, und ich kriege mein Geld. Aber eine Garantie hat man dafür nicht, weil wenn da sechs Autos liegen, und das ist viel öfter der Fall, dann kann es halt sein, dass nur vier davon verkauft werden, und meins dümpelt da vor sich hin, und muss mehr oder weniger fast schon verschraudert werden. Und da kommt tatsächlich so, hm, ah, welchen Preis möchte ich festsetzen? Möchte ich die beste Karosserie nehmen? Solche Sachen. Das ist ein grandioser Mechanismus, der, wie ich finde, das Spiel auf so ein hohes Niveau hebt, ähm, von Bjaros, äh, Kraftwagen. Eine dicke, dicke, dicke Empfehlung. Wer das einfach mal selber erleben möchte, äh, wirklich grandios. Kommen wir jetzt zu etwas, was viel abstrakter ist, nämlich La Bocca von Inka und Markus Brand. Ein Spiel, was meines, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, warum das so untergegangen ist. Also, ich meine, die Jury hat's auf ihre Empfehlungsliste getan, aber, äh, ansonsten ist es im Markt anscheinend irgendwie ignoriert worden. Ähm, es geht darum, dass wir Tetris-Stein-mäßig, äh, also wir haben so 3D-Tetris-Steine, ähm, die wir, äh, zurecht puzzeln müssen auf einem, äh, Spielfeld, immer zwei Leute. Und dazu ist es aber so, dass jeder, dass da liegt eine Karte und jeder sieht nur, welche Steine von seiner Seite aus sichtbar sind. Und, ähm, da muss man halt gleichzeitig zusammen das so puzzeln, dass von beiden Seiten die Sichtweise erfüllt wird. Ähm, das ist schon, das Ganze ist natürlich auch noch unter Zeit. Das heißt, je schneller es ist, desto mehr Punkte gibt's für die beiden Spieler. Und man muss da zusammenspielen, aber gleichzeitig ist es so, dass jeder gegen jeden spielt. Ähm, das geht bis sechs Spieler und, äh, reihum spiele ich mit jedem zweimal. Also nicht ganz reihum, das ist so, so nach einem Zufallssystem. Ähm, aber insgesamt spiele ich halt zweimal und, ähm, zweimal gegen jeden. Und wenn ich nicht dran bin, dann kann ich zugucken und, äh, bin halt effektiv Schiedsrichter. Man ist aber schon immer involviert. Und, ähm, man versucht natürlich, das möglichst schnell zu machen und, äh, zu gucken und mit demjenigen möglichst viele Punkte zu machen und dafür zu sorgen, dass, wenn man selber Schiedsrichter ist, dass die möglichst wenig Punkte machen. Was man natürlich nicht, äh, wirklich beeinflussen kann. Aber dieses Puzzeln, dieses Gefühl so, wie baue ich das auf? Das macht einfach irre Spaß. Also La Bocca, für mich so das abstrakte Spiel in dieser Folge. Wirklich, wirklich dicke Empfehlung. Dann haben wir La Granha. Ähm, das Spiel von Andreas Odendahl, ähm, sein mehr oder weniger Erstling von, äh, Spielworks. Wirklich, ähm, ich bin ein großer, großer Fan von Multi-Use-Karten. Und La Granha macht, äh, eine Anwendung von Multi-Use-Karten, wie ich finde, die einfach super ist. Äh, jeder hat ein Board. Das sieht sehr, sehr ausgefranst aus. Man kann Karten links, rechts, oben, unten anlegen. Ähm, und jede Karte hat halt entsprechende Elemente, die man an den entsprechenden Seiten machen kann. Links sind Karten, die erweitern mein Feld. Das heißt, ich kann, kann höhere Ernte einfahren. Ich kriege mehr Waren. Äh, rechts, äh, erweitere ich meinen Stall. Das heißt, ich kann mehr Tiere unterbringen und, äh, mehr Geld kassieren. Unten kriege ich die Helfer. Das sind dann Sondereigenschaften. Und jede Karte hat eine eigene Eigenschaft. Also, da sind ganz, ganz viele, viele Optionen mit drin. Und oben ist es so, da habe ich einen Karren, den ich versuche, auf dem Markt zu verkaufen. Dafür muss ich natürlich entsprechend die Waren auch haben. Aber der Markt ist eine dauerhafte Siegpunkteinnahme während des Spiels. Und, ähm, dazu kommt aber ein sehr, sehr pfiffiger Würfelmechanismus, den, ähm, den sie sich halt wirklich gut haben einfallen lassen. Also, der Andreas Odendahl und der Mike Keller, die haben das ja zusammen gemacht. Ähm, und zwar werden halt Spieleranzahl plus eins Würfel gewürfelt. Ähm, jeder sucht sich reihe um einen Würfel aus. Und der Würfel, die Würfelzahl sagt aber, welches Aktion man damit durchführt. Das heißt, äh, ich sage, hm, ich will zwei Aktionen machen. Also, ich mache ja zwei Aktionen. Möchte ich die oder die machen oder die? Und davon gibt es ganz viele. Davon gibt es nur eine. Also versuche ich, das zu nehmen. Und natürlich ist es Vorteil, wenn man Startspieler ist, wenn man dann, ähm, bessere Auswahl hat. Und, äh, jeder nimmt sich also einen Würfel. Dann nimmt sich wieder jeder um einen Würfel. Und ein Würfel bleibt übrig. Und diese Aktion dürfen aber alle machen. Das heißt, da kann man dann auch mal gucken, ah, kriege ich noch das? Kriege ich noch das? Kann ich vielleicht das auch noch machen? Und jeder hat aber drei Aktionen am Ende gemacht. Und das, das ist eigentlich auch schon alles. Das Spiel ist relativ einfach in seiner Handhabung. Die Regeln sind eigentlich wirklich schnell begriffen. Und es macht einfach nur noch Spaß. Ähm, derzeit ist es im Vertrieb von PD-Spiele. Und, äh, wer da einfach mal einen Blick draufwerfen würde, sollte das auf jeden Fall immer tun. Kommen wir zu, äh, dem nächsten Spiel. Und das ist Le Havre. Le Havre ist, ähm, das zweite Spiel hier, was ich auf dieser Liste habe, in der Kategorie der Drei-Personen-Spiele. Eine, ich hab mal vor vielen Jahren Artikel geschrieben, dass es eigentlich mehr Spiele geben muss im Bereich der Drei-Personen-Spiele. Das ist so, oft wird einfach gesagt, wir machen zwei bis vier. Und ich glaube, man muss mehr Spiele machen, die für eine bestimmte Spielerzahl fest sind, äh, um das maximale Ergebnis rauszuziehen. Auch wenn ich weiß, dass es Spiele gibt, die funktionieren tatsächlich mit mehr Spielerzahlen. Aber Le Havre ist, ähm, ein, ein wirkliches Highlight von Uwe Rosenberg. Ähm, natürlich als Agricola rauskam, haben wir auch ohne Ende Agricola gespielt. Und Le Havre galt so gleich als nächstes Jahr, so als der Nachfolger. Und es gab lange Schlangen, weil die Leute das alle kaufen wollten. Und ich kann mir vorstellen, ein paar Leute waren enttäuscht, weil sie halt etwas Agricola-mäßiges erwartet haben. Und was sie bekommen haben, war eine dicke Nummer, härter, schwerer, ähm, anspruchsvoller. Ähm, Le Havre ist tatsächlich so anspruchsvoll, dass es funktioniert zwar mit ein bis fünf Spielern, aber ich glaube, drei Spieler ist wirklich der Sweet-Spot, wo das Spiel am besten funktioniert. Äh, mit zwei Spielern, finde ich, hat man noch so eine kleine Krücke drin, weil bestimmte Sachen wegfallen. Ähm, mit vier oder fünf Spielern ist das größte Problem eher die Downtime und die Übersicht auf dem Tisch, weil echt so viele Sachen auf dem Tisch liegen, dass man diese Übersicht verliert. Ähm, also Le Havre funktioniert ganz grandios. Es gibt, äh, man spielt über mehrere Runden. Jede Runde sind siebenmal ein Spieler dran. Wenn man drei Spieler ist, heißt das, dass ich weiß, ich bin zweimal dran. Und, äh, jede dritte Runde bin ich auch noch ein drittes Mal dran. Und, äh, wenn man dran ist, kann man eigentlich nur zwischen zwei Aktionen wählen. Denn entweder ich nehme mir alle Waren von einem Nachschubplättchen, und es kommt jede, nach jeder Runde kommt halt auf irgendeins der Plättchen halt Nachschub drauf, oder ich nehme meinen Aktionsstein von wo immer er ist und lege ihn auf einen anderen Ort und führe die Aktion aus, die an diesem Ort, äh, machbar ist. Und das ist auch schon alles. Mehr Aktionen gibt es nicht. Das Spiel lebt natürlich davon, dass es, äh, ganz, ganz viele Orte gibt. Und was ich natürlich machen muss, ich muss, wie bei Agricola, muss ich meine Leute versorgen. Ich muss Sachen verschiffen. Ich kann auch auf Gebäude gehen, die den Mitspielern gehören, aber dann muss ich halt Eintritt bezahlen. Das ist dann meistens Nahrung oder Geld. Ähm, man kann viele Sachen auch einfach in andere Sachen umtauschen. Man kann bestimmte Sachen als Geld betrachten, aber bestimmte Sachen auch als Nahrung betrachten. Ähm, man kann die Waren aufwerten. Ähm, die Frage ist auch, äh, die Karten, die nachkommen, die sind dann so in drei Reihen geteilt. Ähm, wie sind die gemischt? Da gibt's eine ganze Menge spannende Sachen. Es gibt einen dicken Stapel mit Sondergebäuden, von denen drei, vier ins Spiel kommen, aber da sind irgendwie 40 drin, dass das Spiel auch jedes Mal anders macht, je nachdem, welche Sondergebäude kommt. Ähm, das ist tatsächlich ziemlich spannend. Es gibt auch eine iPad-Umsetzung. Das ist, äh, wie ich finde, tatsächlich eine sehr, sehr gut gelungene Umsetzung. Ich hab's jetzt nie online gespielt, sondern immer nur gegen die KI. Ähm, da funktioniert sie aber wirklich auch sehr gut. Ähm, aber falls jemand mich mal einladen will, ich bin für eine Partie Le Havre auf jeden Fall zu haben. Ähm, andere drei Personenspiele. Ich hatte es schon erwähnt in Folge 2. Churchill, wirklich grandios. Ähm, ansonsten Goldland. Goldland ist auch so ein Zwei- bis Vier-Personenspiel von Wolfgang Kramer bei Goldsieber. Aber da ist der Sweetspot tatsächlich drei Spieler. Da funktioniert das am besten. Ähm, und dasselbe gilt auch für Industria von Michael Schacht erschienen bei... Ich glaub, es war bei Queen Games. Bin mir nicht mehr sehen. Ich glaub, es war Queen Games. Wirklich, wirklich schöne Spiele. Kommen wir zum neunten. Und da sind wir jetzt bei einem Zwei-Personen-Spiel. Und zwar einem, was vielleicht ein paar Leute verwundern könnte. Nämlich die Legenden von Under, Chatter und Thorn. Ähm, ich bin kein großer Legenden- von Andor-Fan. Obwohl ich großer, äh, Fan von kooperativen Spielen bin. Ähm, irgendwie sträubt sich bei mir irgendetwas. Ähm, das kam irgendwie nie richtig positiv bei uns an. Ähm, zumindest hab ich Legenden von Andor einfach irgendwann wieder aufgegeben. Ähm, das Zwei-Personen-Spiel, finde ich, funktioniert aber sehr, sehr, sehr gut. Ähm, das ist auch nicht von Michael Menzel, sondern von dem Gerhard Hecht. Der hatte vorher schon, ähm, Kashgar, die Seidenstraße, gemacht. Ein Spiel, was so eine Art Deck-Building hat. Also, man baut halt, äh, drei Decks gleichzeitig, die liegen aber offen auf dem Tisch. Ähm, was, finde ich, aber seine eigenen Probleme hatte und deswegen einfach bei uns nicht funktioniert hatte. Weil es auch vielleicht an den Effekten lag, dass ein paar Effekte zu stark waren. Zumindest ist das jetzt hier die bessere Version von Kashgar. Mit Legenden von Andor-Thema. Ähm, man spielt zu zweit. Jeder hat drei Reihen vor sich stehen. Ähm, am Anfang ist der vordersten Reihe immer der eigene Charakter. Also, auf der einen Seite sind das dreimal Chatter, auf der anderen Seite sind das dreimal Thorn. Aber die sind natürlich unterschiedlich. Und auf der, äh, und dahinter hat man immer so eine verdeckte Karte von einem Fluch. Ähm, die haben drei verschiedene Vorderseiten, äh, wovon es einen sehr, sehr mächtigen Fluch gibt, in der es nur noch einmal im Spiel, während ein sehr schwacher Flug dreimal im Spiel ist. Und die werden zufällig verteilt. So, es kann also sein, dass entsprechend aufgrund der Verteilung ein Spiel ein bisschen behindert ist in der Runde. Aber, ähm, diese Hinderung hält einem nicht davon ab, da das Spiel zu genießen. Ja, und wenn man dran ist, dann macht man eine Aktion. Also, man versucht, einen Weg entlang zu gehen, von dem man das vordere und das hintere Ende kennt. Aber dazwischen ist viel, viel Unwägsames. Ähm, es gibt verschiedene Szenarien. Und, äh, da werden dann einfach aufgedeckt und dann versucht man zu gucken, wo was kommt denn da und, äh, was muss ich denn im Einzelnen machen. Und gleichzeitig gibt's halt diesen Fluch, der versucht, den Spielen hinterherzukommen und diese einzuholen. Und man versucht natürlich, am rettenden Lagerfeuer anzukommen, bevor der Fluch auch nur einen einsammelt. Ähm, man nimmt immer die vorderste Karte, die man beim liegt und dann führt man eine der Aktionen aus. Man kann einen Gegenstand nehmen oder man kann vorwärts laufen oder man kann, äh, Willenskraft einsammeln. Man kann die auch mit seinem Nachbarn teilen, wenn man auf zwei benachbarten Feldern ist. Ähm, man kann versuchen, man bekommt ab und zu auch irgendwelche zusätzlichen Karten. Das sind dann irgendwelche anderen Wesen, irgendwelche Hindernisse, die man überwinden muss. Ähm, wie ich finde, das ist wirklich wundervoll. Das macht viel, viel, viel Spaß. Ähm, ich hab das im letzten Urlaub mit meiner Frau nochmal auf den Tisch gepackt und wir haben über den Urlaub hinweg alle Legenden noch einmal durchgespielt. Ähm, was ich einfach wirklich super finde. Ich wünschte mir neue Legenden. Ähm, an dieser Stelle wink, wink. Ähm, hoffe ich, dass das Ding erfolgreich genug war, dass da auch mal mit Nachschub zu rechnen ist. Genau, die Legenden von Andor, Chatter und Horn. Wirklich dicke Empfehlung. Das letzte Spiel heute soll Leo muss zum Friseur sein. Und Leo muss zum Friseur ist, ähm, wie ich finde, eigentlich, also es gilt als Kinderspiel, aber es wurde auch nominiert zum Kinderspiel des Jahres. Aber natürlich, ähm, das ist wieder so ein kooperatives Spiel, wo ich einfach totale Freude habe und war, wo ich keine Kinder für brauche. Also gerade auch in Erwachsenenrunden, wo man einfach versucht, gemeinsam Spaß zu haben und ein bisschen sich was zu merken mit Memory-Elementen und, äh, solchen Sachen. Äh, grandios. Äh, Leo wächst halt eine dicke Mähne und es ist unfassbar, wie viel Haarwuchs der hat innerhalb von einer Woche. Äh, wir haben zwölf Zeiteinheiten von morgens bis acht und bis abends um acht, bis der Friseur zumacht. Wir versuchen, einen Weg entlang zu gehen und, äh, abwechselnd spielen wir immer Reihe um eine Karte. Die gibt an, wie viele Felder wir uns vorwärts bewegen, dann decken wir das Plättchen auf und dann kommt da irgendein Freund von Leo und dem fängt er an zu quatschen und da gibt's natürlich welche, wo er sich gerade mal eine Stunde mit unterhält, aber da gibt's natürlich auch diese nette, süße, äh, Löwendame, mit der er sich glatte fünf Stunden unterhält. Aber es gibt natürlich einen Clou, wie man trotzdem vorankommt, nämlich wenn die Farbe der gespielten Karte mit der Farbe des Plättchens übereinstimmt, dann quatscht er nicht, sondern dann macht er gleich die Abkürzung und sagt, ah, ich muss gleich weiter. Ähm, der Witz ist natürlich, in der ersten Durchgang kann man das nicht schaffen, im zweiten Durchgang hat man sich ein paar Plättchen gemerkt, die werden nämlich wieder verdeckt und dann versucht man, die passenden Karten zu spielen, dass man möglichst wenig Zeit fürs Quatschen verliert, sondern möglichst schneller vorankommt. Und, ähm, es gibt dann natürlich, je nachdem, wie erfahren man ist, schafft man's irgendwann relativ gut, voranzukommen und, ähm, sagen wir mal so, die Herausforderung ist nicht die größte, wenn man viel, viel analysiert und sich merken kann, also in einer Familie, wo alle ein bisschen Memory geübt sind, ähm, ist das Spiel natürlich etwas leichter, ähm, aber ich glaube, äh, da kann man auch wirklich ganz viele sich extra Regeln einfallen lassen, oder zu sagen, naja, statt null kann man auch trotzdem immer noch eine Stunde verliehen. Und ich hoffe ja, dass Abacus-Spiel dort vielleicht mal eine Erweiterung macht, ähm, um das Spiel ein bisschen schwieriger zu machen. Aber es muss im Urlaub auch nicht schwieriger sein, man kann's, wie gesagt, mit Kindern spielen und ganz, ganz viel Spaß haben. Und, ähm, da ist es dann die Schwierigkeit, wie ich finde, genau richtig, weil dann da doch auch dieses Erfolgserlebnis irgendwie sein muss. Gerade, wenn man's erst am letzten Tag auf die letzten Drücker schafft. Ähm, genau, das waren die zehn Spiele für diese Woche. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwie etwas habt, was bis Leo irgendwie sein müsste, wo ihr sagt, wie konntest du denn das nicht erwähnen? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten geht's in zwei Wochen weiter mit L-I bis M-E. Mal schauen, was da alles auf euch zukommt. Ich danke euch. Tschüss. Ich danke euch.